Nein, nein! Oh, verkackt! Guten Tag, ich hätte als Getränk bitte den deliziösen Rotwein aus den französischen Champagne Reben handgelesen 1994. Und zur Vorspeise bekomme ich dann bitte den ausgelesenen Salatteller mit interessanter Gurkengestaltung des Fünf-Sterne-Kochs. Der Rotwein sieht aber komisch aus und der Salat, ich verzichte, ich gehe direkt über zum Hauptgang. Als Hauptgang hätte ich bitte gern die frittierten Frosch-Schenkel. Die Frösche kann ich Ihnen leider nicht liefern, auch für Ibis-Kanal sind gerade die froschlosen Wochen. Ja, wie das Intro schon vermuten lässt, versuchen wir heute etwas ohne Frosch zu machen und zwar den New Dong City Tower auf der stockfinsteren Seite des Mondes zu erklimmen. Freunde, viel Spaß! Die Challenge heute ist tatsächlich sehr einfach erklärt. Ich will, ohne einen Frosch zu benutzen, dort hochkommen. Und das ist tatsächlich mal wieder eine der Challenges, von der ich keine Ahnung habe, ob es funktioniert. Ich habe nur nach der Challenge am Sonntag, das Tutorial ohne Frosch zu machen, ein bisschen nachgedacht. Wo braucht man denn noch den Frosch? Da gibt es noch diese eine Challenge, wo man ja so Säurewellen ausweichen muss, gemeint mit einem Frosch. Dann gibt es noch im Hutland selber nochmal einen Extra-Raum, wo man mithilfe der Frösche so Mondmedaillen sammeln muss. Auch das ist tatsächlich eine Challenge, die ich mir auf jeden Fall nochmal in einem Video angucken will. Aber mir ist dann noch eingefallen, nachdem ich mir nochmal ein Video über eine Challenge auf der stockfinsteren Seite angeschaut habe, dass man hier am Ende mit dem Frosch hochspringt. Und ich dachte mir, das kann doch mit Sicherheit auch möglich sein, ohne den Frosch zu benutzen. Und ob das möglich ist, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Das könnte sehr schnell erledigt sein, das könnte tatsächlich sehr schnell erledigt sein. Und wenn es zu schnell erledigt ist, dann werde ich es auch nicht hochladen. Aber wir werden es auf jeden Fall mal herausfinden, dann hier haben wir wohl schon eine Stelle, die ein bisschen schwieriger ist. Oder gibt es nochmal irgendwo eine niedrigere Stelle? Nein. Ich glaube... Okay. Das könnte jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Knackpunkt werden. Das war gar nicht so easy. So, ich stelle mich nochmal hier drauf, das ist ja der höchste Punkt. So, zack, 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 das ist machbar, das muss machbar sein. Warum... Warum klappt das nicht? Ich probiere es nur mit einem Dreisprung. Oh, der war kacke. So, am höchsten Punkt Käppi werfen. Zack, hier hin. Zack, hier hin. Oh, jetzt bin ich schon runtergefallen. Jetzt habe ich schon an Höhe verloren. Uiuiui. Der Sprung muss aber ganz schön perfekt sein. Damn it! So, am höchsten... Oh, scheiße. So, hier. Am höchsten Punkt setzen. Hier am höchsten Punkt. Am höchsten Punkt. An die Wand. Drehen. Käppi werfen... Damn it! Okay. Also im Video wird es glaube ich auf jeden Fall, weil das sieht nicht so einfach aus. Lange verzögern, dass Mario vielleicht ein bisschen höher springt. Hier rüber. Vielleicht nicht so schräg hechten am Ende. Vielleicht hier so ein bisschen um die Ecke. Vielleicht braucht man noch ein bisschen mehr Speed. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Nein, nein, nein. Oh, vergackt. So, werfen. Verzögern, um die maximale Höhe zu erreichen. Hier dagegen werfen. Der sieht gut aus. Wie kann das denn? Dieser Sprung muss ja pixelgenau sein. What the fuck? Oh mein Gott. Wieder ein bisschen Höhe verloren. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Höhe beim Wandsprung verloren. Ich habe den Wandsprung nicht in der höchsten Position gesetzt. Holy shit. Dieser Sprung muss ja einfach nur perfekt sein. Oh, da geht das hier auch mit rein. Yes! Nice! Okay. Scheiß auf drei Sprung. Ganz ehrlich. Das geht auch so. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Wo geht es hier weiter? Geht das hier weiter? Nee, nee. Hier ist nichts. Wir müssen glaube ich nach vorne. Ja, ja. Hier ist was. Hier ist was. Okay. Uiuiui. Okay. Das ist aber auch nochmal ein gutes Stück hoch. Dann mache ich dasselbe Taktik wieder. Zack, zack. Wandsprung. Und echt, ne? Der muss nicht so pixelgenau sein. Sehr schön. Und dann noch hier nach oben. Okay. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht wirklich gut aus. Sind wir? Sind wir oben? Oh Leute, okay. Hier kann man auf jeden Fall lernen, in der Schwerelosigkeit sich ein bisschen mit den Sprüngen auseinanderzusetzen. Aber, Freunde. Wir haben es geschafft. Nice. Oh mein Gott. Richtig, richtig gut. Ja, schön. Dann können wir euch glaube ich auch sagen, dass auch diese Challenge hier ohne Frosch möglich ist. So. Jetzt klettern wir hier noch hoch. Jetzt kommt ja wieder die melancholische Musik. Oh, ich liebe die Musik einfach nur. Das ist doch fast ein passender Moment. Um einfach mal Danke zu sagen nochmal. Leute, durch diese Mario Odyssey Challenges hier ermöglicht ihr mir aktuell ein Wachstum auf dem Kanal, wie ich es noch nie gesehen habe. Und da denke ich kann man auch einfach nochmal Danke sagen. Na, hier nochmal diesen finalen Climb sozusagen nutzend. Vielen Dank für euren Support. Ich werde weitermachen. Schreibt weiterhin eure Challenges in die Kommentare. Und hiermit würde ich sagen, Challenge geschafft. Richtig gut. Nice. Okay. Aber die froschlosen Wochen gehen weiter. Ich habe aktuell noch zwei Challenges im Kopf. Wie gesagt, einmal der Challenge Raum im Hutland, bei dem man auch mit dem Frosch Mondmedaillen sammeln muss. Und dann nochmal eine Challenge mit dem Frosch, wo man so Giftwellen ausweichen muss. Und die beiden werde ich auf jeden Fall auch noch diese Woche machen. Vorhin sind die froschlosen Wochen hier. Oder die froschlose Woche hier auf dem Kanal. So, habt ihr noch irgendeine andere Frosch Challenge, die ich ausprobieren soll? Ui. Da kam das Ginger Ale hoch. Lol. Was einfach eine grüne Dose ist, die man nicht sieht. Huah. Hu. Hu. Okay. Das ist funny. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Daumen nach oben wäre toll. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Hübi. Ta loving anything. Bye. 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 Bye.